Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Secret of Mana Let's Play oder Let's Play Secret of Mana wie auch immer. Diesmal zu dritt und wir waren kurz beim Berdy die Waffe aufpuschen und ein bisschen trainieren, nicht dass es zu chaotisch wird. Sollte es halt bei meiner Axt sein, aber die ist riesig. Das hat keiner wissen. Ja, dann spiel zum Ende. Voila. Tschüss. Moment, muss das besser klingen. Oh, stopp. Warte, ich hab's dir verprügelt. So, wir waren letztes Mal in den Ruinen von Pandoria. Schaut mal, ich bin Gärtner. Ich kümmere mich schon darüber. Pilzinfektion ist das Schlimmste, was man im Haus haben kann. Jetzt müssen wir zum Aquaria zurück und sehen, was als nächstes passiert. Ah ja, Abkürzung. Was ist das da? Der Axtmann muss hier. Der zeigt deine... Oh, in Ruhe. Da ist nur ein Bonbon drin. Egal. Was uns sonst gibt, ist immer gut. Wir sind reich. Wir sind reich. Wir sind reich. Wir sind reich. Wut. Fremdsbrechen ein. Oh, oh. Wir sind nach dem Flatnut. Egal, es hat's wieder gefangen. Mist. Ich weiß, was es ist. Moment. Kleinen Cut, Leute. Komm. Wunder. Es stimmt auch nicht. Ja, wenn wir elf, neun, zehn, fünf... Ich glaube, es fängt sich wieder. Vielleicht auch. Die Gärtnerarbeit ist schwer. Hallo, wie viel hält der aus? Ernsthaft? Ich muss nur starten. Jetzt sein muss. Ah, jetzt geht's wieder. Hey! Habt halt paar... Fenster schließen gesehen. Und das! Oh Gott. Du bist Wunder. Wunder. Nein! Du verstehst ja, wenn ich die ganze Zeit aufschlage, dann kann er nicht mehr zurückgreifen. Hey, warum musst du werfen? Ach ja. Ich hab ne Angst. Halt, du musst nicht mehr. Hey, da ist Atlantik, ey. Die Führer wollen. Warum ist das hier zu schnell? Aufgreifen und rennen. Wunder. Echt? Wunder. 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 Kann auch links gehen. Wunder. Vielen Dank. Ich unterhalte mir. Antwort, ich unterhalte mich nicht. Bitte fremd. Wunder. 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 Jetzt für euch, dass ihr zum ersten Mal seht, wie man... Egal, schnapp mal was ihr könnt, ohne mich jetzt mal. Gehen wir kurz ne Abkürzung. Dass ihr alle mal seht, wie man sich nur das Mann an nichts spielt. Kann ich da auch rüberjumpen? Nehmen wir uns mit. Boah, wie bescheuert. Ich kann kein Wunschland mehr sein. Komm her. Gegen dieses Spiel. Unsere Verkürzung bei jedem Teil der Weite sein kann. Ey, der stirbt denn, ey? Vielleicht weil der nicht geschwindert wartet. Ja, aber wenn ich bis dahin warte, verprügelt der mich vielleicht vorher schon. Jetzt warte mal auf mich. Boah. Hey, der ist ausgewichen. Oh, meine Wache. Ähm, du musst mit mir in das Auto. Wer? Ich? Nein! Ich hab mich aber gut gefühlt mit der Axt. Ja, deine Sache. Nein! Du musst ihn da unten erledigen. Ach so. Komm her. Ich freue mich schon nicht. Ah, ich schieße jetzt in die Auge. Na. Komm her. Ja, ich hab mich auch. Wappen bis 100. Genau. Wappen bis 100. Hm. Warte ist deine blaue? Keine Ahnung. Wie was zwischen 1 oder 2. Wachschau. 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 2. Okay. Guck mal deine Wappen tut dann. So, alles, ha? Ja. Dann hab ich den anders aufgemacht. Das war's. Ja. So. Hi-Check. Ja. Ja. Da oben dann. Okay. Ach, stimmt. Soll ich heute auch laut bleiben? Ja. Also das, was du halt willst. Ich hab uns halt mit Lupsch Auge abgeschossen, nehmlich. Dann nehm ich. Bei den Echsen Teller. Was ist das? Bei den Echsen Teller. Ja, nehm ihn. Raus. Ja. Ja, will ich nicht nehmen. Ja, will ich nicht nehmen. Oh. 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 Nein, nicht so. Du musst nicht ins Waffen mitnehmen. Oh. Ich kann gern nur noch Waffen. Oh, krass. Ehm. Ehm. Ich nehme jetzt Zügel. Heute, ich nehme jetzt Zügel. Ich nehme jetzt Zügel in den Sperr, ey. Wie sollte das? Nein, du brauche. Muss das noch. Muss das leveln. Danach muss das. Oh, da halt ich schießen ab. Boah. Da hab ich... Ich bin Link, alter. Link ist nix. Gegen uns. Schau mal, hat den auch gefallen und wo ist unfair? Komm her! Warte mal, warum kann ich da nicht durchlaufen? Warum kannst du da nicht durchlaufen? Verdammt, ey. Uah, habt ihr es gesehen? Das war ich, ey. Mach dafür drunter. Mach. Kuh gerade weh. Kann mir gerade weh getan? Ja, ey, wir ziehen weiter. Ha! Ah du! Ich komm schon nicht. Ist ja? Ja. Was ist das hier überhaupt? Dämmerwald oder so? Eksenwäldchen. Aber was ist das Ganze mit Wäldchen? Also weiß. Ah! Da wird kein Affe. Erstens, so machen wir das. Was ist das? Was ist das? Ah, die Blume. Bitte dich. Ich bin Käpt'n süß doch. Zervöse? Ja. Röschi, du den ganzen Zeit abzuschieben? Man soll ihn nicht heißen. Natürlich leben wir. Der wünscht hat, dass wir tot sind. Das war letztes Mal ab. Warte, ich kümmere mich um den Sträuch. Ja. Ach. Undee. Ja. Ich krieg da eine Frisbee-Scheibe. Aber ich kümmere mich zurück. Ich spüre meine Frisbee-Scheibe. Hallo, der liegt am Boden schon. Oh mein Gott. Was ist das? Jan Kramp, wir kommen. Kopf voll. Hey, kümmer dich mal um das Ding, ey. Ich kümmere mich mal um das Ding, ey. Ich kümmere mich vorher zu. Gut, da war mir stehengeblieben. Weiß ich mal, wo wir hin gehen, aber alles sieht hier so gleich aus. Ja, wir waren hier, um den Boden zu üben. Warte, 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 warte. Jaw amount de Blase. Man, das ging nicht. Ich habe mir das wohl probiert. Wir gehen einfach runter geh. Oh sa, o sa. Okay, oh... Komme, was geht? Ich möchte nicht loslassen. ...Jetzt. Überlebt. Also Leute, ich halt nicht, ich habe irgendwas gegenece. Ich hab ja schon bezpiezer. Ja. Ich habe ja den Baulebu mit meinem Schwer. Hast du das gesehen? Aha. Ich will aber da links rein. Wo sind wir jetzt hier? Wir müssen zur nächsten Dungeon. Dungeon. Warte. Gusto. Nicht reden. Fangen wir nicht. Kennen wir schon alles. Ok. Welche Waffen wollen wir denn erneuert haben? Also, wir würden in den Handschuh gut gefangen. Nein, Lich mal bitte. Ja. Hallo. Was ist das Schiffchen mit deinem moderischen Hammer? Was kommt wohl denn hier zu Hause? Also, hier zweites Zuhause. Der alte Weg doch. Das Schiff der Diebe ist in diesem Loch. Was für Loch? Die Diebe sind unten. Sie wollen als nächstes den Lavatempel überfallen. Ich gehe in den Tempel und du kümmerst dich um die Diebe. Sei vorsichtig. Du weißt nicht, was dich erwartet. Ja, ja, gib uns ruhig die schwere Arbeit. Du lassest ein Loch. So. So. Dann dann schon hier. Mit coolem Schiff. Oh, so. Ich denk mal, ja. Unter. Ja, geh mal weg. Ich zeig dir, wie dein mit Fall und Bogen geht, ey. Okay. Ja, okay. Hat er in eine Richtung, ey. Hier. So viele Gegner. Das habe ich noch nie gesehen. Alter. Jetzt. Feitsche Orb erhause. Erhause. Ah. Na, sehen sie schon. Ja, Mana-Samen ist Wasser. Wie seid ihr reingekommen? Das werdet ihr bereuen. Bosse. Das ist doch ein Problem. Ja, wir wissen, wozu wir den Mana-Samen brauchen. Ja, das würde ich gern wissen. Das wissen wir doch. Nicht ihr. Wir brauchen den Samen. All unsere Super-Roboter, ey, Roboter, in Gang zu bringen. Wir nennen ihn, was? Drill-Boy, das ist schon mal. Ich gang. Ach so. Genau. Ich schalte den an. Jungs, genau. Ah, ja. Das ist so verwirrend, ey. Ich brauche den Jungs gleichzeitig. Also wir... Wir hätten ein Ding drauf, also ein Dialog. Und warum lassen sie ihn jetzt einfach hier stehen? Ich bin natürlich den blöden Roboter kämpfen. Wir machen ihn schnell mit Zauber. Das ist dein Frankens-Zauber und du bist der Freie-Zauber. Oder wir kämpfen mit Waffen. Also wir kämpfen mit Waffen, also hallo. Du bist aber der Verteilung. Aber ich weiß schon, warum der euch kämpft. Macht sie euch. Jungs, schaltet unsere... Unser Spray-Boy ein. Also... Alles der Boss, oder? Ich weiß der Boss. Ich kam so schnell. Ach was? War das? Zu viel Energie. Er ist außer Kontrolle. Entfernt den Samen. Benutzt die... Node-Energie. Ey, hast sie... Ah... Also auf die... Weg noch nie. Du bist wieder frei. Ah, ich bin nicht gut. Ich bin eigentlich... Irgendwie nimmt der keinen Schaden mehr. Am Menü und... Es ist kein Wunder. So wie du dich nicht... Oh nein. Nicht gut. Warten. Es geht nicht gut. Boah... Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Wer hat die einmal gesehen? Hätte ich meine Arte schon, würde ich das schaffen. Schöne Arte noch mal. Wir brauchen ja einen eigenen Arte. Was gibt es? Der Bosse ist hochgetabelt. Mach mal kurz Menü zu. Ja. Mach mal. Geht hier auf Bosse. Nein, hoch. Unterseiten. Und dann Marsch Kaffee. Kaffee? Genau. Sorry Leute, dass ich es hier so auskende. Es ist schon eine Weile her, dass ich hier so ein paar Rego-Games getoppt habe. Die ganze Zeit Batman gespielt. Irgendwelche Bösewichte verklopft. Nein, was gegen mich? Juri kommt die Peile nicht an. Ich kaffee nicht. Ich kaffee nicht. Nein. Das wurde. Wie sterfst du denn? Du kannst deinen KT noch machen, aber... Wie meine? Wunder. 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 Nein. Wunder. Ich bin nicht auf der Bazaar. Wenn du aufstehst. Wunder. Und da kannst du uns verstärken mit Waffenzauber. Wunder. Wunder. wir brauchen den Stein der hat ja einen gegeben er hat ihn einmal abhauen wenn er nicht zu stark für sie äh tolle war irgendwie voll leicht wenn wir jetzt auch mal zwei Zauber machen müssen wir mal hin ja aber es ist viel cooler wenn du mit deinen Waffen kommst so aaaaaaah das Spiel auch viel schwerer ich hab das Spiel halt mal durchgemacht nur mit Waffen ohne Geister zu bringen und weiter geht's was man alles nicht macht wir werden uns später sprechen wir werden uns später riechen hey yo homies man you will later meiner Frau zurückbekommen ich hätte auch einen Samen gegeben komm wir bringen ihn zum Wasserpalast zurück so zum Wasserpalast gehen wir noch schnell und dann war's nicht schon die Folge war jetzt vorbei und jemand riechen wir mal ab und wie war es bei den Dienen Karin haben wir hin und verzohlen Viktor ist mit seinen Soldaten schon weg schon weg kriegen wir nichts von ihm geschenkt und du hast deine ähm du bist du da die vielleicht stein mal war nicht was ist immerhin zurück zur andere andere wir gehen zum Ferdi Waffe Neugauberin mit einer das Speer und der andere Heizer also ich nimm den Speer dann komm ich mit Heizschaden ok dann bleib ich vermattest du nimmst warte mal wie weit ist dein Bogen wie weit ist dein Bogen wie weit ist dein Bogen also Leute ich muss echt sagen weil es euch ein Retro-Games ist das so eine Sache da kommt bei mir irgendwie eine Stimmung auf also Leute ich muss echt sagen weil es euch ein Retro-Games ist das so eine Sache da kommt bei mir irgendwie eine Stimmung auf ich verpasst du drittes Augenloch komm Hermos zu Tenshinat der drittes Auge und dann drittes Auge noch da ist auch ein Loch wo sein Adrien das Auge drin ist ich verpasst du mal drittes Auge und dann lang rum das geht kommt schon Leute ich warte ich hab's dir ne ich hab's dir ne ich hab's dir ne öu ich hab's dir ne ich kann auch oben werfen oh oder nein nein das sind steine du hast immer ne steine der peitsche ist ja fett die peitsche ist ja die peitsche ist ja die ist ein Glang na ja ja praktisch war nicht tot mein bogen ist schon bescheuert gegen den Boss hätte ich den anderen cool upgrade bogen komm her nein man er hat den Baum da hingestellt er ist tot sicher geht nicht neu hier kann sein tot hau nicht drauf ich werfe ich werfe es hier genau warum lauf es einfach weiter jetzt werfe ich nicht wenn ich den weg das kommt schon hin ich sehe da das liegt nur hier so endlich aber wenn ihr einfach bis 100% dann soll ich jetzt gehen Alter 60 immer 100% toll da brauche ich nicht mehr meine Pflanzen meine Unkraut für nicht Dutzmittel oh was ist schlimm ich habe Englisch gehabt und wieder rückzugegangen warte ich kümmere mich um das Problem warte ich kümmere mich um das Problem also dieser was nicht ja toll wir kommen nachher durch nein bauen sie die Pflanzen halt mit deinem Schwert weg nein ich habe das Schwert nicht anhaben also oh nein da steht so ein blöder Geist da extra weg extra weg extra weg mal kurz da bin ich rein auf deiner Fehler oh sorry egal egal das ey der zählt auf mich der braucht wie der braucht so wie der dauert eigentlich sieh ihn noch mal an noch wie groß ist in das Spiel ha ausgewichtert grad gesehen wir haben gerade mal 2 eingestellt ja Oha, da muss ich durch. Kommt man da nur mit der Ackst durch? Ja, aber klar. Wie hat es bei mir nicht funktioniert? BAM! Oh, was aufgezieht auf uns? Toll, immer trifft es mich, guck mal her. Da sind alle Ecke. Ich bin auf der Peitsche. So wie ein Algarom, ne? Wir haben jetzt schon voll den anderen Teil bekommen. Der eine mit der Peitsche, der andere schmeißt hier Spähe rum. Was ist das bei dir? 14 km. Warum? Was musst du machen? Ach so, das muss ich durchschneiden. Nein, einfach nur Waffen. Ich hab's durchgeschnitten. Zerstör mein Hoffnung. In meinen Träumen. Was machst du hier? Ja, warum gehen wir nicht einfach weiter? Keine Schauschen kriegen und nicht zu lassen. Siehst du? Ja. Ich hab Quantität. Wollen wir nicht einfach weiter gehen, weil ich die Waffen trainieren würde? Ich hab... Keine Überlegung. Ich hab hier mit Quantität geschlagen. Ich bin Quantität. Schau mal. Schau mal. Ich hab hier mit Quantität geschlagen. Du, komm ich gleich dran zu holen. Weil wir werden es noch öfters brauchen. Nee. Ich nehme es durch. Jetzt brauchen wir noch Zeit. Ich bin zu Zeit. Ich bin zu Zeit. mein geiles Ding brauchst du noch. Na ja. Du musst zweimal durchgehen. Oh. Hab ich mal vergessen. Oh. Warte, ich kann mich nicht sehen, mein Ding reicht dann ganz aus, mein Lanze. Mein Lanze, Lanze liegt aus. Ist jetzt richtig schwer. Geh mal, Wahljagd. Das ist Sparda. Achso, ich hol grad die kleine Koboldabschlacht. Das ist ein bisschen kleiner Kobold. Ach, Bogen auf 2, perfekt. Achso. Wo ist der Fall schon? Er kann so lange da abstehen, so lange, ja. Juhu. Machst du mit der Handschuh? Nein, ich weiß nicht. Handschuh auch nicht. Echt? Natürlich, da will ich nicht sehen. Ich fordere alle zum Duell raus. So weit. Achso, ich muss mich durch. Ja, was denn? Die Steuerung ist ziemlich schwer. Ist das... Du bist zu Akkadier. Wie liefern uns? Oh, oh, oh. Oh, oh, Fischer. Fischer, ey. Ich weiß nicht. Goldfischer. Ich bin Wasser. Komm, ich verarbeiten bis zu. Wasser. Hallo, wir machen ja grad Fischstäbchen. Das sind Teichwasser Fischer. Wir sind ja im Süßwasser, ja. Das ist das Einzige, was hier nicht schwimmt. Soll ich dir was sagen? Das ist süßer. Soll ich dir was sagen? Das ist süßer. Oh, hört mal auf, dauernd durchzuhauen. Hallo, egal. Ich bin ewig für dich. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich mag halt meinen... Ich mag halt meinen... Manche mag halt... Durchschlag. Durchschlag mag er sein Sushi. Außerdem mag ich Fischstäbchen draus. Ja, das kommt. Ja, auf, auf. Also, warum das jetzt... Alter, da ist der Fischkönig. Nicht rein. Ja. Ich komme. Ja. Warte doch, warte doch, bis er muss runter. Warte doch, warte doch, bis er muss runter. Du jetzt noch rein. Aua. Alter, Aquakara benutzt. Mit süßem Wasseratagan. Ja, Spurt. Das sind richtig fieste Fische, ey. Meine. Kallfische. Okay, wenn wir da schauen können. Warum? Weil du jetzt Feichen nehmen kannst. Echt? Dann nehm ich. Hast du Zeit. Wo ist schon so tolle Feichen, ey? So. Also, ich hab mein Handy jetzt drüben. Oh, Knaller, der reicht. Der ist echt sehr. Wer ist schmaller? Echt? Boah. Echt, boah. Ja. Okay. Fische und Fische. Ich hab dann unten noch ein Kiki zu treffen. Leute, wo ich schrieb, wenn man es immer braucht. Ich hab nur Wale, keine Fische. Bist du sicher? Nein. Weißt du? Der ist aus dem Wale, nein. Die können allein spielen. Ich weiß nicht, was die wollen. Frösch. Frösch. Und tanken. Das ist der Poseidon Kröten, ja? Ja. Schau. Du.. Wasser. Linger Tartels. Der… Oder sonst? Linger Tartels. little. Und dann rein. Sorry. Es wurde von Linger Tartels entführt. Wie wär's wenn wir Spiele, Spiele zum Spielen, die nicht irgendwie… Oh nein. Oh mein Gott! wenn haben wir denn da gestatten ich bin marcus von was da was geht mir sofort den samen oder aquarium muss sterben weil es ist nein tut es nicht ich wollte das machte aus dem weg wenn er nicht mehr und wenn er nicht es gibt nichts wenn er das anwesend die hergeblieben nur scheiße ist er nicht der dritte war feuer als der stadt und schüttel haben wir den samen jetzt können wir das siegeln was macht ihr nicht soll ich euch etwas lustiges erstellen Scheiße, jetzt redet der Russisch nur... Was ist das? Ihr werdet jetzt sterben, ha 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 Ha, der Spirat, ha ha Chava Rocky Was? Der ist jetzt ja... Ey, ich hab Glück grad, oh! Ey, benutzt Zauber, oh, so schnell, hab ich Ey, ey, oh, ey, weil die... Weil die Technik sind... Ich liebe mal... Ne, du hast nicht... Du musst Zauber machen... Echt, ich muss Zaubern? Ey, warte mal ab, ey! Rocky, ähm... Rocky? Rocky 3! War ja auf die Pfanne! Klampfenbogen! Ach, das ist doch nicht! Ja! Ich muss nicht... Echt? Boah, ey! Da noch mal einen reinzeugen! Boah, ey, ich hab ihn abgebucht! Ja, 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 ja... Sieg wohl, hört sich an, er... Ich weiß gar nicht, wie er steht Du musst Heilung übernehmen! Denne, schnell, Heil! Es ist viel, ich kann ja laufen! Nein! Auf alle! Hey du, komm her! Das steht offen! Ich habe einen Kopfgeld, können wir denn? Ah! Fliegerboden! Oh mein Gott! Der kraftet auf ihn! Nimm das! Warte, ich bin wieder da! Ich bin vergiftet! Ah, los du Kartoschka! Au! Was stirbt der denn? Oh mein Gott, ihr müsst euch rein! Ich muss wieder rein! Sind uns alle! Du musst, du musst, du musst alle Geräusche rein! Guck mal hier rein! Hallo, du gibst mir alle! Du bist schon weggebaust! Ach, jetzt hast du's! Du musst die umgehen legen, ja! Kein bisschen in ihm war schon mal! Jaaaa! Sieiiii! Wir haben einen zweiköpfigen Pixel Drachen besiegt! Oder sowas! Tschüss! Ich werde jetzt essen! Zum Frühstück! Pixel sei Dank! Und weiter geht's! Und weiter geht's! Und weiter geht's! Dann werden uns tatsächlich die Bitz den Samen! Bogenohr behalten! Dann sind wir schon wieder! Toll, was machen wir jetzt? Jetzt werden wir den Typ verprügeln! Schnell zur Aquaria! Schnell! Aus'n Weg! Ich hab's unterlegt! Hör dir mal auf! Also nur einer geht da drauf, Leute! Was ist passiert? Ja, wie der Victor! So! Fürs Erste haben wir die Truppen des Imperiums aufgehalten! Keines der Monster, das sie nach Pandoria geschickt haben, ist noch am Leben! Das hier habe ich übrigens gefützt! Müssen sie verloren haben! Graben! Falsch noch verhalten! Dannem! Die Zeit rennt uns davon! Ich werde schon einmal nach Hause gehen und dort nach dem Rechten schauen! Denk dran! Reaktiviere erst dein Schwert, um die Mana fest und zu beschwingen! Das Kanone Reisebedarf am Welldorf kann dich ins Kochland befördern! Warte, das ist ja bestimmt... Ach, komm! Ach, komm! Du sollst das Schwert benutzen! Aber Aquaria... Du musst leer rum! Ach, wo? Aquaria! Das bin ich... Ich benutze das Schwert, um den Mana Samen wiederherz zu versiegeln! Hey, ich bin auch mit hoch! Ich bin zu dritt! Ich bin zu dritt! Wer hat sich zu hell ausgekürt! Das Schwert! Nur weil du... Das Schwert! Nur weil du kaum mehr Leber hast... Kraft des Samens erhalten! Ja, ich hab wieder meine Samen! Mein Mojo! Mein Mojo! Hallo, warte! Hallo, warte! Dunkle Mächte sind hinter den Mana Samen her! Um sie zu besiegen, musst du zuvor das Mana Schwert reaktivieren! Hehehehe! Indem du die acht Paläste... Paläste dieser... Welt besuchst! Und dort die Mana Samen mit dem Schwert berührst! Ach, ich bin schuld! Ich bin schuld! Auf den... Schicksalsberg und dort Luna zu treffen! Ey, hilf dir weiter! Was? Luna ist ein Männername? Was ist denn los hier? Also... Also als nächstes wurde ins Hochland! Das machen wir! Blablabla! Ich gebe dir Kraft! Wöchtest du das Spiel zu speichern? Ja, Speicherkotz! Ja, Speicherkotz! Ding, 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 ding! Oh! Nächstes Mal zum Hochland! Jetzt... Ja, jetzt! Wenn wir den Part... Ja! Jetzt war sehr lustig mit euch! Und... Noch irgendwas zu sagen? Ja! Ich werde jetzt den Mana Stein berühren! Lass die Feedback da! Sonst habe ich nichts mehr zu sagen! Und... Obacht! Tschüss!